Herzlich willkommen zum Ganzkörpertraining mit mir. Ich habe mir hier ein tolles Ambiente der Schweizer Alpen ausgesucht. Ich möchte mit euch eure geliebten Brettsportarten vorbereiten. Das heißt, es geht ganz viel um Rumstabilität und Beinstabilität, insbesondere um die Achse. Das heißt, egal welche Sportart ihr macht, sei es beim Wellenreiten, indem ihr aufstehen müsst, das Brett stabilisiert, indem ihr kitet, das Brett auf die Kante bringen müsst. Egal, ob ihr alpines Skifahren macht, braucht ihr Beinstabilität oder eben auch die Tourengeher. Eure Beine sind ein ganz zentrales Werkzeug.